Willkommen zurück hier in Minecraft. Wir sind immer noch auf dem Nachhauseweg. Mit dem legen wir uns mal besser nicht an. Wir sind auch vollgepackt hier oben hin und es wird wieder dunkel. Deswegen sollten wir dringend nach Hause. Dann müssen wir mal hier... Wow, genau, das wollte ich eigentlich vermeiden. Ich lege die andere. Genau, das wollte ich auch sagen. Wir gehen schnell weg. In diese Richtung. Dann müssen wir eigentlich nach Hause kommen. Wieder genau durch. Laufen wir mal die Berge hier. Hier fahren wir auch noch, glaube ich, gar nicht. Hier fahren wir auch noch, glaube ich, gar nicht. Der Teil des Dorfes. Aber es ist auch nicht so viel jetzt. Kannst du mal sehen. Hatten wir den Schwein? Ja. Den letzten Körner hatten wir auch. Kommst du nicht? Wirst du gar nicht? Da holen wir einen. Das ist bist du nicht. Aber es ist nicht so viel. Ich bin nur nicht so viel. Da ist nicht so Properties, ich bin fast... Das ist ja auch ganz super. Aber auch sehr schön. Und da ist schon viel zu Hause. Was ist denn hier? Arsch dieser. Aber auch nichts. Komm. Sechsmal Meter bis nach Hause, glaube ich. Na, nicht ganz. Ja, aber ich habe noch keine schönen Orte gefunden. Vor allem möchte ich nicht mehr im Pilzbeio wohnen. Und auch nicht in der Nähe davon. So, nicht. Wie geht es? Keine Vegetation gibt es hier. Das ist nicht so schön. Das ist mir jetzt keine schöne. Oh, den Zaubererhut, den brauchen wir aber. Wir geben ja den Zaubererhut. Das ist schön. Mit dem Hut beschäftigen wir uns dann nächstes Mal auch. Oh, was haben wir hier? Pferde. Haben wir auch noch nicht. Das ist ein Pferd. Das ist eine Kugel. Hier ist eine Schlucht. Ich muss mal über die Schlucht rüber, ohne zu sterben. Hier ist Ordnung drin. Ich muss jetzt mal wirklich machen. Wir gehen voll mit Ordnung. Schreiben wir uns das gleich nochmal auf. Schreiben wir uns das gleich mal auf. Hier ist es. Hier ist Gemini. Und hier ist der Pferde. und dann auf die Speicher. Wir lassen jetzt noch etwas weiter in diese Richtung, um nach Hause zu kommen. Ah jetzt hier, jetzt weiß ich auch wieder wo wir sind. Verrückte. Und hier sind hunderte Kreaturen. So, schnell weg. Dieser Part wird auch nicht so lange wie der letzte Part. Wir laufen einfach nur nach Hause in diesem Part. Und beschäftigen uns halt noch einmal mit dem Bau des Zerstörungstisches. Das soll es aber auch schon für diesen Part wieder gewesen sein. Wenn man den dann benutzt, muss es das nächste Mal an. Schnell rein. So. Das heißt, wir können erstmal das rein. Gucken wir uns das doch nochmal an. Wir brauchen eine Goldschwitzhacke, eine Goldachse und einen Tisch. Und wir brauchen auch noch einen davon. Das heißt, wir brauchen Holz. Das Silberholz, wenn ich eigentlich nicht unbedingt benutze. Haben wir jetzt aber eh gebaut. Dann gucken wir mal nach unten. Hier noch mehr Holz drin. Nicht wirklich. Nur das. Heißt Ding 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 Ding. Und wir haben schon einen Tisch. Was brauchen wir mit Gold? Eine Goldachse. Spitzhacke. Und einen Tisch und einen Spiegel brauchen wir auch. Da brauchen wir auch Gold. Und wir brauchen noch ein Gurur Gras. Ich muss noch ein Ding drauf und ein Glas. Dann müssen wir das an und dann ein Schimpel brüllen. Jetzt haben wir hier den Dekonstruktionstisch. Nehmen wir gleich mal raus. Zweiundzwanzig wird es kostenlos. Da haben wir nämlich hier auch schon eine ganze Störung drin. Den Tisch stellen wir einfach mal. Ist doch schon wieder blöd, dass wir hier nichts haben. Hier kommt das hier rein. Stein kann man noch nach oben. Das ist ganz böse, das ist schon wieder oben hier. Da steht den Tisch nämlich. Was machen wir jetzt hier? Jetzt können wir hier zum Beispiel die Steine. Hier zur Störung und Leben. Mal hier rein. Nein, ich wollte es gar nicht zeigen jetzt. Jetzt machen wir es trotzdem. Wenn der zerstört und es kann sein, dass da mal was rauskommt. Kann auch nicht bei jedem. Wenn denn dann da mal was rauskommt. Joa, es dauert jetzt. Guckt gar nichts raus. Super. Naja. Wir basfen mal ab. Gucken wir mal jetzt nochmal bei 45 gleich. Gucken wir mal wieviel er zerstört hat. Ist mal rauskommt. Jetzt tun wir erstmal hier. Das ist noch klein. Wie sieht das aus? Aber hier ist 33.000 drin. Da ist nichts drin. Wir haben noch mal die Knole. Natürlich nicht. Oh, wir haben jetzt noch mal mehr. Das ist noch schön. Weiß wir mal schauen. Ich weiß noch nicht mehr wo ist. Ich weiß noch nicht mehr wo ist. Ich weiß noch nicht mehr wo ist. Ein bisschen Eisen drin, aber auch nicht viel. Im Moment noch ein bisschen Eisen. Minion, Zinsen, Zinsen. Alles verschiedene Zinsorten. Ein bisschen Eisen. Nehmen wir das Eisen aus. Gucken noch einmal nach. Er hat nichts gefunden. Das ist wieder Wunderbest. Stein ist aber das günstigste, was wir haben. Deswegen können wir nochmal so 60 Steine rein tun. Und hoffen, dass das irgendwann auch mal ein glücklicher gewinnbar ist. Und wir überlegen uns jetzt schonmal, was könnten wir denn nochmal bauen. Ich möchte gerne eigentlich ein Jetpack haben. Am besten eigentlich. Gleich dieses hier. Das Leadstone. Man bleibt. Das kriege ich hin. Weil die Jürgen irgendwann dieses hier haben. Das ist relativ gut. Es gibt natürlich noch bessere Dinge. Aber das ist auf jeden Fall schonmal. Wer das hat. Da kann man rumfliegen mit. Man braucht nicht unbedingt den magischen Ring. Und man hat halt die Rüstung. Und diese Rüstung hat halt 80% ungefähr. der Protection. So lange der Strom drauf ist. Von Schaden, den man so bekommt. Also gar nicht mal so schlecht. Das heißt wir brauchen Bleier. Und hierfür brauchen wir Redstone Schwefel. Schwefel. Schwefel wahrscheinlich die Schwefel ist davon. Wenn wir Schwefel gar nicht haben. Gut. Das heißt der Schwefel ist das was uns fehlt. Und das bekommen wir halt nur aus. Ah. Müssen wir doch nicht besser dafür. Dann können wir mit dem nicht anfangen. Müssen wir doch. Lass mal auf das jetzt so begreifen. Lass mal auf das jetzt so begreifen. Mal leiten das Eisen und sowas nehmen wir alles hin. Wenn wir jetzt so ein bisschen haben. Wollen wir noch ein bisschen mehr. Ja. Schon wieder Husten anfängt ja hier. Nicht gut. Und hier. Wir haben einen Protection schon da drinnen. Wir gucken mal hier rein. Das heißt. Eine Zerstörung. Oder wie das auch heißt. Haben wir 73 Stück. Nehmen wir jetzt hier raus. Müssen wir jetzt hier rein theoretisch 74 Stück haben. Ja. Haben wir auch. Das heißt man. Soll das natürlich jetzt nicht mit Stein machen. Stein äh. Raumwäßig unbedingt die Aspekte. Es gibt aber genug Sachen die wir halt nicht so ordentlich haben. Ja. Wenn erstmal diese Feuerkugel ist. Da kommt noch was da drin ist. Feuerkugel. Wenn man vielleicht viele Feuerkugeln hätte wäre das doch schön. Aber würde man eigentlich nur Feuer rauskriegen. Weil man eigentlich immer geht zum Hauptaspekt. Und mit Hauptauspalten. Das heißt man bräuchte Dinge wo nicht unbedingt ein Hauptrespekt drin ist. Hier zum Beispiel. Dann können wir eins von denen. Die einfach nur ganz viel Fleisch hätten. Irgendwann mal vielleicht. Und wir darf nur mehr dann. Herstellen. So wir haben eigentlich genug Eisenraum. Aber eigentlich reicht es für diese Feuer auch wieder. Falls euch diese Folge gefallen hat. Lass doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht dann nicht. Und tschüss.